Heute ist ja der internationale Frauentag. Wie würden Sie die Geschlechterfrage beantworten? Wie viele gibt's denn nun? Das ist mir auch scheißegal, wer meint, er ist so oder so oder so. Können Sie das auch Ihrem Kind sagen, wenn das Kind fragt, Mama, sag mir bitte eine Zahl, ich bin verwirrt, wie viele Geschlechter gibt's? Der will dann einfach wissen, ich bin jetzt das Kind. Ich habe 45 Jahre meinen Lebensunterhalt als Erzieherin. Ui, ja, dann haben Sie ja bestimmt jetzt eine goldrichtige Antwort für mich. Das ist doch ganz egal, der eine fühlt sich als Frau und der andere als Mann. Aber das sind ja Identitäten, so wie, hey, ich bin Kommunist, ich bin Kapitalist. Das ist mir auch wurscht. Schauen Sie doch mal nach, ich meine, es sind zwei. Nee.